Gorak Janjali Asana, die Stellung des großen Meisters Goraknath. Vishnu Prema, Yoga-Lehrerin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Hockhaltung mit Fußsohlen auf dem Boden, wenn du es hinbekommst. Von hier ausgehend gibt die Unterarme von außen durch die Kniekehlen hindurch und dann kannst du erst die Handflächen zusammenbringen und senke das Becken. Manchmal wird die Stellung auch genannt als die Stellung der Ehrerbietung an Goraknath. Anjali heißt ja auch Ehrerbietung, allerdings ist das nicht wirklich vom Sanskrit her. Und so gibt es eine weitere Variation. Von hier verhackst du die Finger, faltest die Finger und gibst die Handflächen zum Nabel hin. Und dann schaust du nach oben zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Und das ist dann Gorak Janjali Asana. Goraknath, also einer der großen Hatha-Yogis, auch einer der großen Nath-Yogis, der bis heute in Indien eine große Ehrerbietung erfährt. Auf unserem wiki.yoga-vidya.de findest du eine ganze Menge über Goraknath. Janjali ist ein Hindi-Ausdruck und bedeutet Ärger verursachend. Was diese Stellung allerdings mit Ärger zu tun hat, ist nicht ganz klar. Es ist eher eine Stellung der Ruhe und der inneren Gelassenheit. Eine Stellung, in der, wenn du die ausreichende Flexibilität in Fußgelenken, Kniegelenken, Hüftgelenken hast, auch lange sitzen kannst. Gerade in Indien gibt es viele Menschen, die lange auch so sitzen können. Ja, soweit zu Gorak Janjali Asana. Wenn du diese und andere Asanas lernen willst,